Ich habe jetzt erst mal in den Chat mal einen Link geschrieben, sodass jeder das auch für sich noch mal nachvollziehen kann, auch wenn ich dabei sein konnte in der Gruppe, um einfach die Inhalte auch vor sich zu sehen. Hier sehen Sie ein Wandbild, das wir jetzt gemeinsam befüllt haben in unserer Runde. Und Ausgangspunkt des Themas Anwendetraining, Distanzunterricht, sprich Fortbildung, war natürlich die Annäherung über die Kompetenzen gewesen. Da haben einige Vorredner ja schon spannende Aspekte gebracht und wir wollten sie im Grunde genommen jetzt auch noch mal aufgreifen. Es sind schon einige draufgegangen. Sie können im Grunde genommen einfach ranzoomen mit dem Mausrad oder mit Steuerung, Taste Plus oder Minus, je nachdem, ob Sie einfach ausrollen möchten. Und genau über diese Kompetenzen sind wir gekommen und es wurden spannende Aspekte genannt. Vor allen Dingen das Thema Offenbarheit fand ich sehr, sehr interessant und auch das Lernen zu lernen, was ein Stück weit auch zusammengehört, sind Aspekte, die, denke ich, sehr, sehr stark an Bedeutung gewinnen werden. Wo wir noch ein bisschen, was ich so ein bisschen gespürt habe, vielleicht, ja, ein bisschen Gedankenanstoß noch nötig ist, deswegen gehe ich darauf ein, auch, sind tatsächlich die technischen Fertigkeiten, die wir brauchen. Also es wurde genannt, hier das Thema Datenkompetenz, Umgang mit persönlichen Daten einerseits natürlich, und aber auch mit seriösen Quellen umgehen zu lernen, das im Grunde genommen unterscheiden zu können. Und auf der anderen Seite haben wir halt technische Fertigkeiten, die eine maßgebliche Rolle spielen werden in Zukunft. Und so weit ist die Zukunft nicht. Wir sind weitergegangen und haben uns mal so einen Zeitstrahl angesehen, die im Grunde genommen Technologie in der Schule eingesetzt wurde und vielleicht auch wird. Ja, also ganz schön hier vielleicht das Sprachlabor aus den 80ern zu sehen, wo alles schön mit Wänden getrennt war. Und so sind wir Stück für Stück dann über virtuelle oder interaktive Whiteboards dann zu wirklich einem Lernen gegangen, wo man auch wirklich, ja, im Grunde genommen im Team auch arbeitet, ein Stück weit. Und 2020, so momentan, ist natürlich viel Augmented Reality, virtuelle Realität, Firma Insimity wurde genannt, die da sehr viele, sehr tolle Geschichten auch für Schulen machen. Und dass das so ein bisschen die Zukunft, wo das Ganze hingehen kann, sprich mit Hologrammen, momentan braucht man halt noch die großen Brillen, aber ich bin sicher, da werden die Hersteller auch, ja, etwas haptischere Aspekte entwickeln, wie im Next. Und keiner weiß natürlich, wo so richtig die Reise hingeht, was aber tatsächlich Fakt ist, dass wir im internationalen Vergleich, und ich habe das Glück, durch natürlich die Programm-Tätigkeiten bei Intel auch in das internationale Umfeld spüren zu können, dass wir da schon deutlich hinterher hinken. Leider, was den Einsatz im Ausland angeht, so ein Stück weit kommt es mehr aktuell so vor, als würden wir die Entwicklungen, die die skandinavischen Länder vor zehn Jahren durchlaufen haben, jetzt auch wieder machen. Also die haben damals vor allen Dingen ganz, ganz viele Tablets eingesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass sie dann eher Richtung Notebooks und One-Geräte gehen, weil sie sagen, okay, wir wollen ja auf die Berufswelt vorbereiten, auf die Arbeitswelt und natürlich auch die entsprechenden Kompetenzen fördern und brauchen dafür eben auch entsprechende Endgeräte. Wir haben einen kurzen Exkurs gemacht, das ist ein Skills for Innovation Programm. Das ist, denke ich, sehr, sehr spannend, um einfach mal zu sehen, wie sich der Bedarf an Kompetenzen verändern wird. Und sehr, sehr schön ist, dass es natürlich einerseits sehr die technologischen Fertigkeiten sein werden, die an Bedeutung gewinnen, aber auch soziale und emotionale Kompetenzen. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt auch dabei. Hier sieht man natürlich auch, wo die Reise hingehen wird. Und wir bereiten ja auf die Arbeitswelt vor. Und wenn man dann sieht, dass viele Berufe nicht mehr in dieser Form vielleicht in den nächsten 15, 20 Jahren zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich, ja, sollte man drüber nachdenken. Schöner kann man es nicht sagen. Ich ziehe es mal eben rein, als was Herr Schleicher von der OECD gesagt hat, und dass er das Risiko sieht, dass wir die nächste Generation für unsere Vergangenheit ausbilden und eben nicht für ihre Zukunft. Es gibt viele Studien, die besagen, dass eben in den nächsten 10, 20 Jahren tatsächlich 50 Prozent der Berufe, nicht der Berufe an sich, aber Tätigkeiten, die damit verbunden sind, automatisierbar sind. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Genau. Und wenn wir auch in Deutschland natürlich eine Rolle spielen wollen, was diese Entwicklung angeht, müssen wir auch die entsprechenden Kompetenzen natürlich vermitteln. Hier können Sie dann selbst drauf gehen, das ist das neue Skills for Innovation Programm, was da einen maßgeblichen Beitrag auch leisten soll. Was vielleicht auch hier sehr schön ist, es wurde auch ja von Schleunigung immer wieder gesprochen. Also es ist ein Programm, das beginnt im Grunde genommen mit Fernunterricht, wo ich da Tipps und Hinweise gebe, wie ich das wunderbar gestalten kann. Ich glaube, vielen Lehrkräften, so meine Erfahrung, fehlt ein Stück weit eine Guidance einfach dabei. Da steht es dabei, das Ganze, wie mache ich das überhaupt? Und da hilft dieses Programm wahnsinnig weiter, geht dann darüber, dass sogar Hinweise gegeben werden und richtige Übungen zur Verfügung gestellt werden, auch den Stresslevel zu reduzieren, auch Schülerseite und auch auf der Seite der Lehrkräfte, also sogar Atemübungen dabei. Und dann geht es natürlich auch um technologische Aspekte, aber nicht um die Technologie selbst, sondern um die Technologie als Mittel, als reines Mittel zu verstehen, um die Kompetenzen, die wir auch brauchen, zu fördern, bevor es dann später auch darum geht, natürlich richtige technische Fertigkeiten zu erlernen, die eben gebraucht werden. Und natürlich ein ganz besonderes Stück ist dann dieses Intelli Alpha Youth Programm und hier haben wir kurz einen Exkurs gemacht, wie es denn in anderen Ländern ausschaut. Polen hat jetzt erst im letzten Jahr 800 KI-Labore an den Schulen eingerichtet. Asien ist uns meilenweit voraus. In Indien ist das ein Wahlpflichtfach geworden. Indische Schüler können dieses Programm, was wir haben, was es seit letztem Jahr auch in Deutschland gibt, im Grunde genommen wieder den Englischunterricht wählen. Und da wurde die Bedeutung erkannt und wir arbeiten daran, dass es auch bei uns in Deutschland vorangeht und haben da ganz, ganz tolle Schulen auch schon die ersten sozialen Projekte mit KI dann eben angestoßen haben. Sehen wir ein Stück weit. Genau, und Alex, jetzt kommst du genau zu den Punkten, Alex, die ich jetzt gerade natürlich gerade im Kopf habe. Aber ich wusste, dass das jetzt auch kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Weil das ist jetzt konkret, genau die Fragen, die jetzt hier stehen. Das ist alles wunderbar, super spannend. Und jetzt müssen wir in die Umsetzung kommen und das diskutieren. Aber du zeigst es ja, genau. Exakt, richtig. Genau, wir müssen in die Umsetzung kommen. Letzten Endes ging es jetzt wirklich darum, erst mal zu klären, welche Themen uns überhaupt bewegen und wo so der Schuh drückt, einfach da mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wir haben festgestellt, dass ja oftmals IT nicht verstanden wird. Dann, dass die Diskussion Möglichkeiten, beziehungsweise was darf ich überhaupt? Ein großer Aspekt, denke ich auch, haben wir auch gemerkt, dass die Vision fehlt. Das wurde heute auch schon mal angesprochen. Das fand ich sehr, sehr schön. Weil darum geht es im Grunde genommen. Muss ich eine Vision haben, um dann Strategien und Maßnahmen daraus abzuleiten? Also wie soll Schule aussehen? Diese Fragestellungen überhaupt sich mal zu stellen, welche Kompetenzen soll auch Schule vermitteln? Und das ist natürlich die üblichen Aspekte, die wir alle mitbekommen haben im letzten Jahr. Es ist kein Internet viel zur Verfügung. Cloud-Lösungen sind verpönt, beziehungsweise werden nicht angeraten, die auch zu nutzen. Was es natürlich sehr, sehr schwierig macht, auch in der aktuellen Situation natürlich. Wenn die Plattformen, die vorhanden sind, einfach vielleicht nicht das liefern und leisten, was sie müssen. Dann, welche Themen bewegen sie? Ja, fehlende Offenheiten ein Stück weit wurde genannt aus Teilnehmer-Sicht. Datenschutz schließt sich dem an, was ich gerade gesagt habe. Klare Guidelines, die auch genötigt werden. Was darf ich denn nutzen? Es gibt so viele schöne Anwendungen, die ich nutzen kann. Wenn ich allein mit Microsoft 365 denke, was ja schulenkostenfrei zur Verfügung stehen kann, habe ich alles, was ich brauche. Ich brauche nicht 20.000 Apps haben. Im Unterricht letzten Endes brauche ich sowieso wahrscheinlich nur 10. und wenn ich in dieser Welt dann unterwegs bin, habe ich alles an einem Stück und es ist professionell entwickelt. Das ist für den Business-Bereich genauso tauglich, natürlich auch für die Schule dann. Oder auch in der Zusammenarbeit als Schulträger mit dem Spielen. Und hier auch natürlich Schutz der Kinder hat eine große Rolle gespielt. Und ja, wenn wir dann weitergehen, da sind wir jetzt nicht mehr so weit natürlich gekommen aufgrund der Zeit, aber das ist etwas, was ich dann auch anschließen könnte, wenn wir dann auch die Termine natürlich machen, da weiß ich dann auch gleich nochmal darauf, findet man die zur Verfügung stehen, dass man hier dann weitermacht. Das war zum einen, denke ich mal, ist die Fragestellung immer sehr schön, wenn man sich gegen sich stellt, wie kann ich denn alles mal so richtig gegen jemanden sagen. Und wenn man davon dann ausgeht, im Grunde genommen, okay, was müssen wir tun, um das Ganze nach vorne zu bringen, dieses Thema. Und ja, beim Verbrocken ganz klar dieses Thema, dass keine Fortbildung gemacht wird, dass im Grunde genommen Fortbildung entkoppelt, auch von Hardware gesehen wird. Ich glaube, das ist ein Fehler, den man auf gar keinen Fall machen darf. Letzten Endes, ich erinnere mich an die ersten Jahre, die wir das gemacht haben, draußen bei den Schulen waren und dann, ja, wir haben jetzt schon mal Interesse an der Fortbildung. Und dann sind wir hingekommen und die wollten natürlich mit den eigenen Geräten arbeiten. Dann wurde erst mal der Schrank geöffnet und dann kam ein erstes Mal so ein Schrank, und da lagen dann die Tablets drin. Und das ist natürlich fatal. Also es muss zusammen gedacht werden, es hilft ja jetzt nichts, wirklich Hardware, Laptops, Notebooks zur Verfügung zu stellen und die tatsächlich in die Nutzung zu bringen. Und dafür ist eben eine Fortbildung ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Da wurde ja auch von Ihnen jetzt nochmal genannt in der Abfrage gerade eben. Und da ist es auch wichtig, die Lehrkräfte nicht zu überfordern. Und unserer Erfahrung nach gelingt das sehr, sehr gut über Multiplikaturentrainings, die vielleicht auch beim Schulträger aufgehangen sind. Das ist aus jeder Schule. In jeder Schule gibt es welche, die einfach ein bisschen schon affiner mit der Technologie sind, die ja auch eigens da schon schöne Konzepte haben, wie man das didaktisch schon angehen kann, dass man die erst mal trainiert zentral, und denen im Grunde genommen das Handwerkszeug gibt, um das dann in ihrer Schule persönlich dann auch wirklich umzusetzen. Und das spart nicht nur Geld, sondern macht auch absolut Sinn. Dann kann ich auch wirklich eine Planung machen, eine Strategie machen, wie so eine Fortbildung wirklich übers Jahr abläuft. Das kann nicht sein, dass es nur einmal eine Fortbildung im Jahr ist. Jeder, der sich mit Technologie beschäftigt, weiß, dass ich immer wieder mit in Berührung kommen muss, um das auch zu verinnerlichen. Und ja, hier sieht man auch Tandem, Lehrkräfte, Schüler wurde angeregt, kontinuierliche Fortbildung, regelmäßiger Agenda-Punkt, auch in den Schulgremien sollte das sein, lernen von dem Besten, sich auch ein Stück weit an Leuchtturmprojekten natürlich orientieren. Auch in der Plattform ist, denke ich, ein wichtiges Thema. Wenn wir jetzt natürlich Entscheidungen treffen, dann bestimmen die ja auch über die nächsten Jahre. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, offen zu bleiben, offene Systeme zu verwenden. Man weiß nie, welche Hardware-Anforderungen vielleicht auch kommen. Technologie entwickelt sich sehr schnell, auch dafür, was leistungsfähig ist. Und natürlich auch ein offenes Betriebssystem, meiner Ansicht nach, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und hier auch wieder Komplexitätsreduktion. Ich muss nicht SIG-Pool-Scan-Rule, was ich heute nutze, ist einfach mal ein Konverdeck, weil ich es jetzt auch sehr charmant finde, ist auch für mich relativ neu gewesen. Das ist schön, aber ich kann das, was ich gemacht habe, wunderbar auch über OneNote natürlich abbilden und habe dann nicht mehr das Thema, dass die Kopierunterlagen von der Mutter noch zur Lehrerin gefahren werden müssen und vom Vater wieder abgeholt werden müssen, die korrigierten Aspekte. Also ich denke allgemein Komplexitätsreduktion, Nutzerprobleme vermeiden. Ich glaube, das sind Sachen, die man unbedingt auf dem Schirm haben möchte. Ich habe auch noch ein paar Ressourcen beigefügt. Einmal hier ein Gastbeitrag bei einem Netzwerk-Digitale Bildung. Hier ist es für diejenigen, die sich interessiert, ein Werk, was wir gemacht haben zum Thema Medienentwicklungsplanung, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch hier ein eher strategischer Ansatz, also Organisationsentwicklung, speziell auch auf die Medienkonzeption gezogen. Und wenn Sie da Interesse haben, dann eben mehr zu erfahren, finden Sie hier auch auf der Anbieterseite. Die Termine, die sind ganz frisch eingestellt. Also noch sind alle da. Das hat Community Digital tatsächlich in der Hau-Ruck-Aktion über Nacht noch hier alles aufgebaut. Also vielen lieben Dank dafür. Die Termine können gebucht werden. Das wäre dann im Grunde genommen die zweite Phase, wo man sich dann kennenlernen kann zu den einzelnen Schwerpunktterminen, auch seine individuellen Fragen stellen möchte, die vielleicht nicht jetzt auch für die Öffentlichkeit unbedingt sein sollen. Dann kann man sehen, ob man gemeinsam Projekte starten möchte. Vielen Dank, lieber Alex, für den ganzen Überblick. Vielen Dank.